Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Power BI Tutorial. Ja, heute geht es um folgendes und zwar, ihr habt vielleicht auch schon mal das Thema oder Problem gehabt, dass ihr mehrere Dateien auf einmal in Power BI reinladen müsst. Und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, das sieht so aus, ich habe hier einen Ordner und in diesem Ordner sind Transaktionen, die hier vorliegen. Also es sind verschiedene Transaktionsdateien und das Schöne an denen, und das ist ja auch oftmals der Fall, ist, dass die gleich strukturiert sind. Das heißt, die haben die gleichen Spalten, die gleichen Überschriften. Der einzige, ich sage mal, das einzige Problem oder Hindernis ist jetzt eben, dass wir entsprechend für jeden Monat eine einzelne Datei haben. Und unser Ziel ist es ja, das komplett zusammen jetzt reinzuladen und dann entsprechend in unserem Report zu visualisieren, damit wir zum Beispiel sehen, wie hat sich denn eine Menge, ein Umsatz oder irgendeine Kennzahl, können Kosten sein oder was auch immer, über einen Zeitraum beispielsweise entwickelt. Und wie können wir das machen? Und hier bietet Power BI, ich habe es schon geöffnet, eine schöne Lösung an. Und zwar könnt ihr ganz einfach über Daten abrufen, da findet ihr ja verschiedene Optionen hier. Und wenn ihr, was ihr braucht, nicht direkt hier schon findet oder aber hier oben bei den Datenquellen, das ist ein bisschen Microsoft bezogen, also die machen es sich hier einfach und werden einfach ihre Datenquellen erstmal hier hinterlegen. Aber wir finden ja hier über weitere entsprechend noch viele andere Optionen. Wir müssen nur kurz warten, bis sich dieses Fenster öffnet und da ist es auch schon. Und da gibt es diese Option Ordner. Also Ordner ist wirklich sehr, sehr hilfreich, weil da können wir einfach dann auf Verbinden klicken und dann Power BI einfach einen Ordnerpfad hier nennen. Ich habe den schon mal kopiert, das heißt, ich füge den direkt hier ein. Das ist eben diese Transaktion. Das ist jetzt Englisch, aber das sollte kein Problem sein. Ja, funktioniert im Deutschen natürlich analog dazu. Nochmal wichtig, alle von diesen Dateien sind gleich aufgebaut. Es spielt keine Rolle, wie viele das sind. Also das ist jetzt bei mir hier ein Jahr, aber das könnten auch 20 Jahre sein. Also das ist jetzt nicht relevant, wie viele Dateien das sind, sondern bloß, dass die Struktur halt identisch ist. Das sollte schon der Fall sein. Und dann können wir entsprechend hier einfach auf diesen Ordner zugreifen. Wir klicken auf OK und dann warten wir kurz. Und dann bekommen wir hier eben schon eine Voransicht. Da sehen wir dann, das sind binäre Dateien. Das ist auch richtig hier. Und wir sehen den Namen und die Extension, also das sind eben CSV-Dateien. So weit, so gut. Und haben dann noch ein paar Zusatzinformationen hier. Und früher musste man das jetzt als erst mal manuell aus den Binär-Dateien extrahieren. Aber selbst das ist jetzt nicht mehr notwendig, weil wir können direkt auf Kombinieren gehen und ihr klickt am besten mal auf diesen kleinen Pfeil. Dann habt ihr nämlich die Option, entweder das direkt schon in Power BI reinzuladen oder euch hier der ersten Option nochmal im Power Query Editor anzuschauen. Heißt also, wenn ich jetzt hier draufklicke, kombinieren und dann den Editor öffne, dann warte ich kurz. Und jetzt habe ich hier schon die Option. Also ich sehe erstmal, wie werden die Dateien kombiniert. Was bedeutet das jetzt genau? Also das heißt jetzt, dass in Power Query Editor eine Funktion erstellt wird. Und diese Funktion sorgt dann dafür, dass die Daten richtig extrahiert werden. Wir sehen auch hier, erkannt wurde, das ist westeuropäisch. Das Trennzeichen hier ist jetzt ein Komma. Das ist auch korrekt. Wir sehen ja auch hier in der Vorschau, das ist Komma getrennt. Und wir sehen dann hier die einzelnen Spalten. Seht auch hier, die ersten 200 Zeilen wurden verwendet, um das letztendlich entsprechend zu identifizieren. Und jetzt klicke ich mal auf OK. Und dann warten wir kurz. Jetzt wird die Funktion erzeugt und der Editor öffnet sich. So, das ist jetzt gerade im Hintergrund. Ich schaue mir das jetzt mal an. Und dann sehe ich hier, was genau passiert ist. Und was ich gemeint habe ist, ihr seht hier, ist eine Funktion hier erstellt worden. Diese hier, Datei transformieren. So, und ihr seht dann auch hier, Parameter wurden hier mitgegeben. Und dann seht ihr eben entsprechend hier in der Beispieldatei diese ganzen einzelnen letztendlich Informationen. Guck mal, ich gehe auf Transaktionen hier. Hier sind wir drin. Das ist die richtige. Und wir können auch direkt schon sehen, wenn ich jetzt hier mal in das Order Date hier reingehe, also klicke hier drauf, ich sehe jetzt hier erstmal den 1.4. Das war nämlich April, das Ganze war alphabetisch sortiert. Das war die erste Datei in meinem Ordner. Wenn ich jetzt aber auf mehr laden klicke, dann sehe ich jetzt, okay, das dauert jetzt ein bisschen. Okay, da ist es. Und ich sehe jetzt hier letztendlich alle Datumswerte, hier für April, Mai, Juni und so weiter, bis entsprechend hier Dezember. Also ich sehe wirklich jetzt alle Dateien zusammengefasst und die Schritte, die durchgeführt wurden, um die Dateien letztendlich zusammenzufassen, werden hier ja auch aufgeführt. Könnten wir uns auch einzeln anschauen. Ihr seht auch hier diese benutzefinierte Funktion, die erzeugt wurde, automatisch, wurde hier auch angewandt in diesen Schritten. Auf jeden Fall, das reicht mir schon. Ich sehe also alle Dateien sind enthalten. Und dann kann ich jetzt einfach noch weitere Anpassungen vornehmen. Also ich könnte zum Beispiel hier mit der Menge irgendwas machen. Ich könnte den Price Paid, also den gezahlten Preis anpassen und andere Geschichten. Die Standardoptionen finden wir hier. Die kennt ihr ja schon, vielleicht auch von Power Query. Auf jeden Fall, ich sage jetzt einfach mal, das passt soweit. Ich wollte ja bloß alle meine verschiedenen Dateien in eine Datei reinladen. Und jetzt klicke ich auf Schließen und Übernehmen. Und dann warte ich kurz. Und jetzt werden diese Dateien entsprechend jetzt hier auch eingeladen. Also die Funktion angewendet auf alle Dateien. Die Dateien werden reingeladen und stehen dann gleich hier in der Felderliste zur Verfügung für unseren Report. So, okay. Sind also jetzt knapp 435.000 Zeilen. So, die kann ich jetzt hier auswählen. Ich sehe jetzt hier alle Felder. Und könnte jetzt hier sagen, ich möchte gerne das Order Date, also mein Datum sehen. Dann mache ich das vielleicht hier als Balkendiagramm. Balkendiagramm stattdessen. Und jetzt nehme ich noch eine Kennzahl. Das ist jetzt hier zum Beispiel die Menge. Die kann ich mir jetzt hier anzeigen lassen. Und dann kann ich hier entsprechend rein drillen. Ja, weil das ist ja nur ein Jahr. Aber ich sehe jetzt hier beispielsweise hier für die Monate, sehe ich jetzt hier Januar bis Dezember. Sehe also alle Jahre, Quartale hier drin. Und sehe jetzt hier die Menge. Also damit haben wir letztendlich unseren kompletten Datensatz. Also letztendlich alle diese 12 Monate entsprechend hier jetzt hier zusammengeladen in Power BI. Und entsprechend haben wir jetzt hier unsere Visualisierung. Das kann jetzt natürlich jede beliebige sein. Ich wollte jetzt irgendwas nehmen, was halt auch dann nochmal zeigt, dass wir wirklich alle Daten komplett reingeladen haben. Genau. Und so einfach ist das dann auch, wenn man entsprechend mit mehreren einzelnen Dateien arbeitet. Nochmal wichtig, der Hinweis ist eben, dass wenn ihr das tut, stellt sicher, dass diese Dateien dann auch in derselben Struktur vorliegen. Aber so ist das ja oftmals, dass man das möglicherweise aus irgendwelchen Systemen rauszieht. Und dann hat man einen ganzen Haufen CSV- oder Textdateien. Und die sind dann in der Regel auch gleich aufgebaut, bloß eben als einzelne Dateien. Und die möchte man vielleicht wieder zusammenfügen. Und dann ist eben das eine Option. Gut, das war es dann auch für dieses Power BI Video. Wie immer, ich hoffe, es war interessant. Es hat euch weitergeholfen. Wenn das der Fall ist, bitte gerne einen Daumen nach oben. Entsprechend auch einen Kommentar vielleicht, dass ihr damit was anfangen könnt oder mehr dazu sehen möchtet. und bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank euch, bleibt gesund und dann hoffentlich bis zum nächsten Video.